Mit dem folgenden Video kannst du einen Schweizer Zungenbrecher lernen. Der Zungenbrecher handelt von Besteck Wenn du das einmal gut kannst, dann kannst du es auch noch mit den fortgeschrittenen Varianten probieren. Der Papst hat das Speck-Besteck-Sport bestellt. Der Papst hat das Speck-Besteck-Sport bestellt. Der Papst hat das Speck-Besteck-Sport bestellt.